Die Stimmung in der Halle ist der Wahnsinn. Es ist fast nirgendwo so. Also erwartet habe ich mir schon die goldene Medaille. Im Gegenteil an Georgi war es eigentlich am schwierigsten. Doch das habe ich dann auch super hinbekommen. Den Ukrainer zu werfen, das war eigentlich das Ziel, aber das habe ich nicht so geschafft. Dafür habe ich ihn aus der Puste gebracht und zwei Schilos drauf gedrückt. Das war auch gut. Die Medaille zu gewinnen, das war eigentlich das Highlight, was mir heute passieren hätte können. Das war super. Also die Medaille zeigt mir jetzt, dass ich es wieder schaffe, weil ich bei der EM nur einen fünften Platz gemacht habe. Dass ich es doch wieder drauf habe und es kam zu gewinnen. Ja, Tokio 2020 ist mein Ziel eigentlich. Warum ich trainiere und da mache ich eigentlich hin. Ja, das war es so. Ja!